Hallo, mein Name ist Joe Griedl und ich unterrichte in der Musikschule Stocker-Rau Musikproduktion. Hier könnt ihr mich in meinem Tonstudio sehen, in dem gerade die Band Bilderbuch für ihr neues Album aufnimmt. Musikproduktion ist ein weites Feld. Wir bewegen uns zwischen der Funktionsweise eines Tonstudios, wie man Instrumente aufnimmt, wie man Mikrofone platziert, je nachdem was für dich das spannendste Feld ist, können wir hier ganz individuell arbeiten. Wir arbeiten entweder mit dem Programm Ableton Live, das von vielen Produzenten und auch DJs weltweit eingesetzt wird, oder wir arbeiten mit Logic Pro, das exklusiv auf Apple Computern verwendet werden kann. Es besteht aber auch die Möglichkeit, dass wir mit einem iPad und dafür speziell entwickelte Software arbeiten. Wenn du dich für Musikproduktion interessierst, melde dich bei uns an und im September starten wir deinen Weg ins Musikbusiness. im Kondition Driving Im klug in dem Video